Der Tod wird uns als Gnade nicht vergönnt. Ich lasse das nicht passieren! Der Tod, der von den Tränen der menschlichen Hoffnung erschaffen hat. Es ist unmöglich für eine Anti-Existenz wie du, meine Presse zu überrühren. Menschliche Hoffnung ist auch ein Wille! Du solltest es nicht überraschieren! Die Phantom Thieves werden niemanden, egal wer sie sind! Selbst wenn nur ein von uns bleibt, werden wir zurückkommen und kämpfen nach dem Ende! Und wir werden definitiv... 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 definitiv? Vielleicht? Geh die Welt! Wir holen uns die Welt! Ja, aber sie hat uns doch verlassen! Und die Stimmen gerade haben doch gesagt... Ja, oh Gott! ия, jemand... jemanden einfach kam! Was zur Hölle? Was ist passiert? Mach doch etwas, Starbred! Recheck doch nicht! Du bist der Polizei? Bitte, Sie müssen sich unterhalten. Herr, was teus hier passiert? Auf wem will er anrufen, Gott? Oh, wofür man? Was war das wieder? Die Phantom-Diebe? Die Phantom-Diebe? Weren't die Phantom-Diebe die... Sie haben noch nicht geblieben. Können sie essen und tun nichts über eine Situation wie diese? Wenn ihr dran glaubt und eure Hände in den Himmel streckt... Nein, das ist unmöglich. Es gibt keinen Weg. Dann können wir es mit einer Genki-Dama schaffen, oder? Ach, so ein Blödsinn. Wer braucht eine Genki-Dama? Verlierer brauchen die, ja? Hahahaha Geh es runter, Phantom-Diebe! Komm schon! Warum denken Sie, dass sie ihre Leben all diese Zeit haben? Der Zeit war. Das sind die Leute, Sie sind weg! Wenn Sie sich nicht weg von der Wahrheit verhätern? Phantom-Diebe? Ja, die Phantom-Diebe! 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 Whoa! Phantom-Diebe! 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 Die Menschen glauben. Ein Teil von ihnen. Wir haben ja noch unsere Freunde, die glauben. Ist das auch die gleiche Wahrheit für dich? Wahrscheinlich. Es sieht aus, dass es nicht nur uns ist. Ich lasse dich nicht, nachdem du so weit zu kommen lassen lassen. Du hast besser, wenn du angefangen hast! Da kannst du einen drauf lassen! Verdammte sexy Ärztin! Es kann nicht so sein, aber ich habe höhere Hoffnung für dich. Du wirst das gewinnen! Wenn ich sie aufstehe, dann werde ich sie aufstehen, wie sie sie brauchen! Was eine tolle Lehrerin! Du hast das Herz von so vielen Leuten verloren! Ich werde dich nicht verlieren lassen! Ich kann sagen, dass ihr alle aufstehen könnt, gegen irgendwelchen Verletzungen zu stehen. Wenn sie das voraussagen, muss das ja stimmen. Ihr seid jetzt wirklich eine Revolution! Los! Los! Schau nach vorne und weiter kämpft! Du hast mir das nachher gelernt! Ja, mit deinen Strategien schaffen wir es! Ich habe euch alle aufstehen und ich werde es hier aufstehen. Oh ja, dein Trickshot hat uns schon den Arsch gerettet! Du bist unsere letzte Hoffnung! Ich bedanke dich! Schluss! Es ist euch alle fault, ich weiß nicht, wann zu gehen! Geh zurück! Nicht zu diesem Ding! Es ist egal, was jemand sagt, ich glaube in euch! Geh auf's, Phantom-Thiebe! Ich bin auf dich, alle. Ich glaube in euch. Ich glaube in euch. Und das sagt sie sogar. Ja. Mann, was wir doch nicht alles geschafft haben in der ganzen Zeit. Hörst du das? Das sind die Worte der Menschen, die du lustig hast. Niemand will dich über sie regeln. Ist das richtig? Ja, da fragst du noch. Ja. Die Hoffnung der Menschheit bringt uns wieder auf die Beine. Wortwörtlich. Wieso haben sie ein Wort, wie sie uns aufhören? Aber... sie schreien für uns. Das fühlt sich nicht schlecht. Du hast mich nicht über die Welt verändern. Du willst mich überraschen, wenn du so runterkommst. Sie müssen uns nicht zweimal sagen. Genau. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Wir lassen uns nicht überrasen. Jetzt, wo die Menschen hinter uns stehen. Ja, auch wenn er sie erschaffen hat, herrscht er nicht drüber. Ja. Ich habe meine Meinung gelegt. Ich werde meine Justizie durch, für die Worte zu retten, was ich mich interessieren. Wir werden. Ja. Das ist auch für euch. Wenn ihr entschieden habt, um die Welt aus ihm zu nehmen, nicht kompromise deinen Idealen bis zum Ende. Wir werden sie zusammen verletzen. Wir werden sie zusammen verletzen. Hey Gott! Die foolish Menschen sind da da betrachten. Sie betrachten, dass es kein Ort für jemanden wie dich in diesem Welt ist. Du nicht in diesem Weltall belong. Du hast dir den falschen Feind rausgesucht. Machen wir. Du hast dir den falschen Feind rausgesucht. Wow. 100 Prozent. Und die Seite explodiert. Weil mit der Power können wir ja nicht mehr verlieren, oder? Ach 10. Und seine Ketten werden gelöst. Ähnlich wie in den vorherigen Personaspielen, geht aus der Anfangspersona. Hm. So, du hast gewonnen, um die Power zu retten. Nichts egal, wie viele Worte von diesen fuhlischen Menschen zusammenkommen. Was ist das? Hm. Ja, meinst du, Alter. Was denn? Tja. Ja. Ja. Ja, wenn die Welt-Arcana zum Leben erwacht, dann Gnade, ja Gnade, äh Gnade dir Gott, kann man jetzt ja nicht sagen. Hahaha. Passt der irgendwie nicht so ganz. Das ist... Mann, das ist großartig. Ja. 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 Die Persona der Welt. Ich glaube nicht, was ich sehe. Was ist das? Ist das die Band der Fienden? Das ist großartig. Hör auf, Band der Fienden! Ugh. Fools. This is what man do. What is a man? O schwezer. So. Better try a new trickster, cause that one's getting old. Der Demon Lord, huh? Du, put an end to this! Also gut. Dann wollen wir mal. Können wir noch einen Angriff ausfinden? Sinful Shell. Bullet made from the seven deadly sins that can pierce even a god. Ja, der finale Angriff. Wie auch schon in den Vorgängern. Hehehehe. Heißt es wieder Rules of Nature. Mit ner richtig dicken Knarrell. Geh weg! Reposterous! Du weißt, all die Menschen's Wünschen? Nein. Wir geben ihnen neue. Und das war ein Volltreffer. Ja, da ist jetzt ein Loch. In deinem Kopf, lieber Gott. Ich glaube... Ich vermag zu melden. Was für die Macht. Es überlebt meine eigene. Ein Gott, der auf dem Wissen der Menschen geboren wird. So, das ist der echte Trickster. Verdammt, Igor. Es scheint, er war nicht so glücklich. Das sieht wirklich gut aus, oder? Das sieht verdammt gut aus. Oh, das ist sein Schatz. Was? Was wird denn das jetzt? Was? Dank an euch, Leute. Ich konnte meine Aufgabe erledigen. Alles war dank an euch. War es nicht, Morgana? Ach, vielleicht sollten wir ihm mal sagen, dass er großartig ist. Ja, höchstens noch Lady Arn, ne? Hä, 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 hä. Äh, das Ort wird auch schnell verschwinden. Äh, ich bin hier auch. Ich bin hier auch. Äh, bist du nicht zu Hause? Das klang doch irgendwie... ... seltsam. Was? Äh, was ist das? Ähm, ja. Warum ist alles eingefroren und... ... warum ist dieser Blutregen noch da? Da stimmt doch was nicht, oder? Sollte das immer noch so sein? Oh, das sieht doch freundlicher aus. Was? Ja. Meine Worte. Warum ist alles... Der ganze Welt ist ein Produkt von Cognition. Nicht nur das Metaverse. Es kann sich freiwillig wiederholfen. Das Gleiche gilt für dich und alle anderen. Mann, Mona! Mona-chan! Das kann nicht passieren! Wunder! Nein! Schau! Eine weitere neue Welt wird kommen. Eine, wo man nicht sich behauptet hat. Die Welt wird röd und so lange, wie man Hoffnung in deren Herz positioniert. Was wird dir passieren? Ihr Heimatplanet braucht sie. Nein. Oder sein. Ich verdrehe es immer noch. Oh Mann. Ja, Mona war ja irgendwo auch... Das könnte auch aus Metal Gear Solid 2 stammen. Das könnte auch aus Metal Gear Solid 2 stammen. Die Welt existiert in allen von euch. Morgana war ja auch nur ein Produkt einer gewissen Wahrnehmung. Aber schon... heftig. Morgana... Ha... Mona... Die Meta-Nav... Sie ist weg. Die Mentos müssen auch verschwinden. Wir können nicht mehr Mona sehen. Können wir? Ach... Wer weiß, was der gerade schon wieder ansteht, aber... Es ist gut. Ich weiß es bereits. Was sind alle so schlauig? Mona würde uns schlafen. Das erinnert mich. Und was über das Publikum? Können wir ihre Herzen verändern? Ich werde mich für meine Datei verlaufen werden. Alleine Weihnachten. Ja, das ist schon hart. Es wird wohl nur die Zeit zeigen. Wir gehen nicht in den neuen Jahr ohne einen Präsidenten? Wird dieses Land okay? Ha... Aber es gibt keinen Weg, dass wir Shido bekommen. Es gibt viele schade Geräusche über ihn. Du weißt? Zumindest sehen sie das jetzt ein. Ich wundere mich, wie Dinge gehen werden. Ich hoffe, sie gehen gut. Ja, da muss die Menschheit nun zeigen, was sie daraus macht. Das muss man in die Adults glauben. Sie haben uns vorgelegt, dass sie das alles ge invert machen hat.